ARD Text im Auftrag von Funk Ja, warte, ne, ja, ja, das ist eine gute Idee. Nehme ich jetzt schon auf. So, das bleibt noch drin. Alles klar, dann würde ich sagen. Alles klar. Ne? Ja doch, ist eine gute Wahl, habe ich gute Wahl gemacht. Ja, ist gut, oder? Wo bist du denn da? Ich frag dir mal. Ich bin noch mehr langsam, ne? Ja. Ja. Ja, wir wollen sich doch ankündigen, dass er da ist. Ich nehme das oberste Fett, da ja? Ja, da war ich schon, da war doch. Hey, ups, so. Falsches Ding. Kann ich mal sagen? Wir sind da, ne? Wir sind angekommen. Ja, ich hab natürlich den behinderten Raum gekriegt hier. Natürlich. Ich geh jetzt mal rein hier, scheiß drauf. Oh Gott, was ist denn hier los? Oh oh, Gas-Typ, Gas-Typ, hör ich. Ich bin tot. Du bist nicht tot. Ich bin tot, ja. Du bist ganz tot? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich hab ein Team-Kollege noch mitgenommen. Ne, das leben aber noch alle, du bist die einzige, die gestorben ist. Okay, dann habe ich irgendwie angeschossen, ich weiß nicht, ob es ein Feind war, oder ob es... Was hast du denn gemacht? Ich spiel die Treppe runter da ran mit so einem Selbstmord-Tüt. Hm. Was ist das? Das ist, äh... Das ist, äh... Was? Ja. Das ist jetzt... Das ist jetzt Rainbow. Das ist jetzt Rainbow-Taktisch. Ja. Komm rein, einfach durch hier. Ja, ihr schafft es. Ihr schafft es. Oh fuck, my life. Hä, wo denn? Verarschen oder was? Äh... Na da, hinter der, hinter der Wand. Ach du, das ist Bombe, Bombe, Bombe. Ja, das schaffen wir auch so, das schaffen wir auch so, ja. Noch zwei Stücke. Go, go, go! Mein, das ist der letzte! Boah, ich hab einen Erfolg bekommen. Was denn für einen? Ich schließe eine Terroristen-Mission unter zwei Minuten ab. Bist du schnell, oder was? Ja man, das ist mega schnell. Ja man, das ist mega schnell. Ja man, nice, würde ich mir sagen. Ein Applaus für mich. Ach so, für deine Leistung, oder was? Ganz unten, oh Gott. One-Kill. Ja komm, die Sonne wird besser. Ja, komm, die Sonne wird besser. Ja komm, Stufe zwölf. Dann mach schon nix. Loin. Was, hä? Oh Gott. Dann nochmal starten die, oder was? Ja. Ja, ja. Neue Sonne. Bitte warten Sie 45 Sekunden auf. Ein Spielstart. Die geschätzte Wartezeit beträgt 45 Sekunden. Bitte genießen Sie den Aufnahmen, lehnen Sie sich zurück. Bei weiteren Fragen steht Ihnen Lucy YouTube zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Nicht nur für das. Zanzi und Eule, oder was? Zanzi und Eule. Run. Run, Duma. Ja, da geht er nur. Aber Eule? Oh nein. Okay, na gut, geht. Das ist easy, oder? Ja! Nein! Ja, komm mal. Ja, natürlich. Der andere muss sogar rekruten, ne? Ja, ja! Ich weiß. Okay, das hab ich schon harträutig bisschen. Es ist ja rekrut, oder was? Ja. Das ist, wenn du halt noch ganz am Anfang bist. Musst du rekrut nehmen. Ja, easy. Alter, der eine hat den Typ mit dem Schild, Alter. Ist der... Der geht auch vor, hab ich gehört. Der hab ich gesagt. Äh... Der geht echt vor, ne? Ja, ja, genau. Mit seinem dicken Schild hier am Start. Alter, hinten ist der mega. Alter. Da kannst du ja vergessen reinzugehen hier an den Schutten. Hier war grad alles voll. Ich hab grad mal blockiert hier. Kein Thema. Sie. Oh, oh. Oh Gott, 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 ja. Oh, danke. Alter, ich hab mein Leben schon an mir vorbeizusehen, ne? Kein Thema, kein Thema. Alter, Alter. Ich bin da, ich bin Supporter, ja? Ne, da kann ich dran gehen. Kannst du vergessen. Alter, das geht nicht hier ab, Mann. Ich folg mal, oh ja. Ja, ja, ja. Der arme kleine Krot. Runder zu Günner, ey. Zu Günner? Oh shit, Alter. Ja. Ja, die Waffe einfach kaum. Nein. Oh, Schatz. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Äh, hallo. Loll, doppelteile. Okay, okay, save, save, save. Was? Alter. Na gut, das scheint ich aus. Haha. Am Arsch. Was? Am Arsch. Wie am Arsch? Ich glaub schon drin. Warum? Ne, ankatschert. Ah! Hä? Ach, du bist noch drin? Ja. Ach so. Hä, wie hier? Ja, bei mir nicht mehr. Du bist bei mir nicht mehr drin. Ja, der Host ist Verbindung unterbrochen. Ne, bei mir nicht. Ach so, okay. Darum hab ich gesagt, Schnitt. Aber gut. Ach so. Ich seh schon, wo das Spiel an seine Grenzen stößt, ne? Was ist das denn? Wo ist denn die Geisel? Ach, da ist die Geisel. Ach so. Geisel verlor. We've got the Hostage, get them to the extraction point. Get them to the extraction point. Ach so, ich bist da auch hin. Na klar. Ja? Yes. Oh, Alter. Wer schmeißt da jetzt noch ne Blendgranate, ey? Ja, du bist irgendwie raus, ne? Ja. Ja. Der Host hat Befehlungen unterbrochen und so. Erfolg! Ja, wir können es auch rausschneiden. Gleit dich ein. Okay. Dann hau ich aus dem Haufen hier ab. Aus dem Haufen hier ab. Du weißt genau. Schubidu. Also schneiden wir jetzt das raus, eben. Ja, klar. Du kannst es drin lassen, wenn du magst. Du hast ja geschafft. Yes. So, jetzt mach ich das mal so. Ich hab's schon. Ach so. Geschätzte Wartezeit rein, 50 Sekunden. Bitte lege dich zurück. Also. Im Folie gibt es Snacks und Getränke. Bitte achten sie darauf, dass sie die auch bezahlen. Ach ne, ist schon wieder. Ach, schon wieder. Ist ja passend. Scheißel. Evasurieren. Ah. Ja, sorry, aber da müsst ihr echt schneller sein, Leute. Ach guck mal, diesen IQ, ja. IQ. IQ von mir aus. IQ. Das sehe ich zum ersten Mal als Einsatz hier. Ja. Ja. Na, ich will die nicht so. Ja. Aber die kann glaub ich die ganzen elektronischen Geräte oder so scannen, glaub. Ja, die Gegner benutzen auch so viele elektronische Geräte. Weiß ich nicht, genau. So. Was weiß ich? Neue Runde, neues Glückwunsch. Ja. Wahrscheinlich werden wir wieder hin. Nein. Du hast schon gehackt. Da ganz oben, da ganz oben, ne. Ist das offen, ne. Ach komm. Du gehst mal lügen. Du gehst mal lügen. Überraschung. Lol. Lol. Einer war drin. Lol. Oh, oh. Ich bin tot. Ist nicht dein Ernst, ne. Ist das nicht dein Fuck Ernst. Ne, ich lieg hier noch und da ist so ein Gas-Typ. Der andere ist dafür tot. Der andere ist tot. Ja. Ja, ich lieg hier noch. Am, am, am. Irgendjemand rettet mich. Ja klar. Ach du. Musst du gucken, dass es hier weiter geht will. Aber einen hab ich schon verloren. Achtung, die Bombe. Oh. Wet. Da war er neben dir ne Bombe. Aber ich geh einfach mal kurz nicht. Ja, Gas-Typ, Gas-Typ von denen. Ah! Oh, ich hab ihn da. Ich hab ihn da. Hab ihn, hab ihn, hab, hab. Okay. Lade nach! Ich, ich halt auch mal nach. Alter, wo ist die Geise? Hab ihn da gefunden. Hier, bei mir. Da oben? Okay. Ja, wo kommt denn der jetzt her? Alter! Achtung, da ist noch einer drin. Alter! Achtung, da ist noch einer drin. Halt. Ja, schaffen wir, schaffen wir. Kein Thema. Äh. Kann man die irgendwo auffüllen? Ja, da können wir auffüllen. Komm, komm. Wo? Ach da. Easy. Nee, brauch ich eigentlich nicht. Ja doch. Ups. Ja, Killklauer. Ich hab nur einen Schuss reingeballert. Come on. Dann hab ich die Vorarbeit geleistet. Oh, Alter! Ah! Alter! 83 Meter, Leute! Echt? Gerade eben, ja. Jetzt nicht mehr? Ja, jetzt geht's auch. Alles wird weggerotzt hier. Oh, die scheiße Assists, Alter. Neue Leben, ja. Alles klar. Vent, vent, vent! Vent! Hast du es geschafft, oder was? Ja, komm. Jawoll, Alter! Wuuuh! Alter, was? Das war nochmal hier... Ah, wie du vom Dach gefallen bist, ne? Ja, ohne Scheiß. Ich wollte eigentlich nur runter gucken, dann bin ich abgerutscht. Ich glaub, das hat dir dein Leben gehörtet, ne? Wegen nur Gastüben. Wer? Achso, ja. Dafür ist ein anderer gestorben. Hm. Oh, ich bin zweiter? Oh, guck mal! Woah! Was ist denn da los? Woah! Mensch! Dass ich das noch mal leben darf! Dass ich mein zweiter bin, oder was? Ne, dass ich mein erster bin. Ja, du bist immer der erste Schatz. Nein. Doch. Nein. Doch. Okay. Oh Gott. Oh, einer ist abgehauen. Ja, solange es nicht der Holst ist. Dabei wohl. War ihm wohl zu gut, ne? Ging ihm wohl zu schnell, ne? Kommt da nicht klar, muss er gerade mal Tutorial gucken. Oh, jetzt ist es natürlich interessant hier, ja? Jetzt und nein. Jetzt ist natürlich Skill gefragt, ja, an dieser Stelle. Aber zu fünft ist wahrscheinlich kein Problem, ne? Ah! 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 Ah, der musste schneller sein. So. Ah, der eine wählt noch. Dann kannst du dich wahrscheinlich nicht entscheiden. Er muss neben was übrig bleiben, würd ich sagen. Ja. Gibt's jetzt viel zu entscheiden. Ach, Ash, okay. Ash Ketchup, oder was? Mhm. Aus Alabastia. Ja. Ja. Ja, die hat so ein Raketendingens. Raketenwerfer. Geil. Weiß noch nicht, ob der so ganz clever ist. To use. Ah, Leute, boah, das sieht geil aus, Mann. Sturmtruhe, oder was? Wollte ich grad sagen. Goal, L.A., Alter. Yeah! Zentralbank von L.A., oder was? Ja, aber nice. Man kann auch in die Tiefgarage, ne? Mhm. Ich geh lieber Haupteingang. Äh. Ich benutze meinen Skill hier. Achtung, oh Gott, das geht schief. Das geht schief. Achtung. Alter. Aber das ist doch für dickere Türen. Ja, ja, ich weiß. Wollts trotzdem mal probieren. Okay. Alter, geheult. Okay, okay. Ich glaub, oben. Irben. Irben. Oh, oh. Gas-Typ. Hab ich. Boom. Bist du hinter mir? Und das hat Boom gemacht, ja? Hä? Oh ne, ohne. Links. What? Unten, links, ja. Alter. Okay, wo ist die Bombe? Hier. Oh Gott. Ganz ruhig bleiben hier. Alles safe. Ähm, irgendjemand ist... Oh, 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 oh. Wie platziert? Der hat schon platziert. Der hat schon platziert. Ja. 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 Was denn? Ja, ja. So. Ja, die platziert, ja. Oh, oh. Zwei Stück. Down. Noch 30 Schuss, oder? Und ne. Und ne. Man kann auch aufdrücken. Ey, kann nicht. Reload. Huh, was im Stress, oder? Lade nach! Dass ich im Rennen nicht nachladen kann, das ist scheiße. Oh, die Hilfe? Äh, ne, ne. Oh, ich bin grad hier im Treppenhaus. Alter. Okay, alles klar. Was für ne Explosion? Äh. Ich füll mal auf jetzt, ey. Hä? Okay, ähm. Hä? Wieso kann ich die nicht aufheben? Mach nochmal. Warte, 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 warte. Zu spät. Oh, da ist ein gestorben, fuck. Echt? Ja. Nur noch zu viertelst. Ja, wo ist denn die andere Bombe? Ja, die müssen wir jetzt auch suchen, ne? Ja. Ich dachte, die haben die schon gefunden. Oh nein. Ich hör was fiepsen. Ja, die Bombe hier, die 50.000 hier im Flur hängen. Lol. Was war das denn? Lol. Ich will nicht sagen, da hinten dran ist bestimmt die Bombe, aber... Ja. Ich steck mal ein bisschen von oben. Na, hier waren wir schon. Ja, stimmt, ey. Fuck, wo ist denn die Bombe? Oben? Ne, unten? Ich bin grad mit einem... Ein bin ich grad oben. Wahrscheinlich ist die unten, oder? Pst. Pst. Die ist hier oben, glaub. Ich glaub, ich hör sie, glaub. Piepen. Ich bin auf jeden Fall mal beim Tresor. Okay. Ja, hier unten. Ach du! Äh... Ein bisschen... Oh Gott, unten? Ja. Im Tresor. Bei den ganzen Geldbarren. Wo geht's denn hier runter? Wir sind Treppen raus. Oh, guck mal die Goldbarren, ey. Oh. Hallo, ich weiß nicht, ich bin hier runter, komm! Ach, da unten. Oh! Holla! Ja. Oder die Waldführer, oder wie? Mhm. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ja, oh. Okay, das wird was hier, ne? Oh, ja. Ja, du! Ja, ich komm mal zu euch ran. Geil! Ja. Okay, safe. Ja. Alter. Schon geil, die Wache, ne? Ja. Der Mann ist auch nice. Yes. Jo! Ja! Opa Fox-Style. Der Opa wieder, ne? Der Opa. Oppus. Der Oppus. Der Oppus. Der Oppus, halt? Also, wenn ich jetzt nicht Erste bin, weiß ich auch nicht. Jo, wahrscheinlich, oder was? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich mich genau... Lol. Hä, warum ist denn der eine? Ich glaub, das ist... Ich glaub, das geht nicht nach Kills, oder? Ja, Punkte im Endeffekt, ja. Ja, geil! Ja, Schulterknopfen, ja! Ja, im Team ist es irgendwie besser. Als zu zweit. Oder allein. Oh, ja.